Herr Löwenhaut kauft eine Gans, die mehr als quick lebendig ist. Und weil es erst November war, bekommt sie eine Gnadenfrist und schläft im Keller in einer Küst. Die Kinder finden's wunderbar, es schnattert sich mit ihr so nett. Man tauft sie auf Auguste gar, wenn sie es doch nur wärmer hätt. Ach, darf sie nicht in Peters Bett. Die Weihnachtsgans Auguste, Auguste, soll auf den Festtagstisch. Die Weihnachtsgans Auguste, Auguste, die ist so herrlich frisch, so frisch. Und etwas muss man doch fürs Kerze tun. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ich bin in die Schuhe, bin in die Schuhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, ich bin in die Schuhe, bin in die Schuhe.